Heute machen wir mal eine Fußball-Challenge Und jetzt schießen wir jetzt aufs Tor Alles noch ok? Ich zeig's dir mal vor Ich nehme da einen Ball Hör mal an, du stehst da vorne Ich hab da einen Ball und schmeiß ihn so übern rüber Und er muss jetzt drauf schießen Kapiert alle? Passt Dann haben wir den Ball Da haben wir extra an den Schuh hergelegt Ich zeig's dir alle Wer drüber schießt, desto doch schon schießt Das Tor ist der Tor ist der höchste Ok? Heute sind wir nicht zu zweit Sondern zu drittens Musterfak um jama Heute machen wir drei Kumpel-Challenge Leg mal los Wir spielen als erstes Scherer-Stein-Papier Wer ins Tor geht Wer treibt es doch Scherer-Stein-Papier Hier Wir Ball Mann, du schießt, du gehst einmal nicht in den Tor Sehr, ne? Stein-Papier Ich bin in den Tor Du hast dich verstanden, oder? Ja Über den Fies, kein Tor Ja Ihr gehtst hier, im Moment, du wirfst hinter der Kamera rüber und drüber mit den Ball Dann gehst der Puppe nachher und im Moment, du musst dahinterstehen Und der Ball jetzt kommt muß du dann draußen schießen Ja. 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 Los geht's. You know why? Get up! Ja. Wo ist der Fall? Ja. 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 Boah! Oh, er muss doch rasiert. Ich muss doch mal echt fest tun. Das ist wichtig. Hei, holt du! Wenn man den Furet dahinter holt man's selbst. Hey Mann, und wenn du ein Tor schießt, bist du im Finale. Guck mal! Nein, schieß doch, du! Bitte! Dali, du musst einfach, du musst jetzt ins Tor gehen. Ich ja? Einmal ins Finale. Flücher schießen, dann musst du. Ja. Wenn man jetzt Schere stellt Papier werft, schieß das erst, oder? Schere, Steine, Papier. Du schießt das erst. Guck mal ein bisschen weiter her und holst mir Zeit zum Lach. Huh! Ja, ist auch gut. Man kommt ein bisschen weiter her. Ich muss nicht essen. Ja, ich muss nicht essen. Schaut es schlecht für mich aus. Ja. Nein, ich schießen hast du. Komm her, pass weiter. Das war's für heute. Ich hoffe ich komme gut schon, seid doch noch derg schossen. Seid doch noch derg schossen. Das gibt es ja nicht. Jetzt muss ich jeden einen machen, wenn ich will. Jetzt muss ich jeden einen machen. Jetzt hast du gewonnen. Zwei Schüsse habe ich noch. Oh, Fischer-Maus. Den muss ich jetzt einen machen und sie verlieren. Ja. 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 Du bist schon mal besser geschossen. Ja! Er hat den Schuss! Findet sie gut aus für dich? Ja! Rett? Ja! Ja! Oh, die Tormansquist packt er aus! Entschuldigung! Entschuldigung! Ich meine, du hast nur zwei Schüsse? Ja! Wo ist die Entschuldigung? Du hast bis jetzt keiner gemacht, oder? Ja! Ja! Bist du teppert! Boom! Ein Schuss hast du noch? Ja! Ich bin verloren! Ich schieß auch noch! Ich vergesse! Ja! Warte! Ich möchte dir nichts sagen, aber... Das ist Queenie! Ja! 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 Wuh! Das berät nicht kurz! Erster Schuss! Ja! Ja! Ich möchte sie machen mal noch! Wustafa! Ich muss dich mehr anstrengen! Weißt schon! Ein Schuss habe ich noch! Ich möchte nichts sagen, aber jetzt gibt es alles geschnallen. Bestrafbogen.